So exportieren Sie iPhone-Kontakte. Öffnen Sie iCloud.com über Ihren Browser und melden Sie sich dort mit Ihrer Apple-ID an. Klicken Sie dann auf Kontakte. Markieren Sie alle Kontakte und gehen Sie danach auf das Einstellungen-Symbol unten links. Wählen Sie V-Card exportieren aus und speichern Sie die Datei mit den Kontakten auf Ihrem Computer.